Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportblog wieder aus meinem Trainingskeller. Hier bin ich momentan sehr gerne. Ich sehe schon, ihr seht schon hier, ich habe die Bandagen heute an. Ich werde ein bisschen boxen heute, damit ich die Gelenke schone. Merke, Bandage, Gelenke schonend. Nach dem Intro geht's richtig los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war mein heutiger Sportblog. Ich muss erst mal wieder reden können. Mein heutiger Sportblog im Trainingskeller. War anstrengend. Viel geschwitzt. Geboxt. Workout. Ich habe wahrscheinlich nur geschwitzt wegen dem dicken Pulli. Ja. Also. Macht's gut. Sport machen. Runter vom Sofa. Schickt mir ein Video oder ein Foto von euch, wie ihr Sport macht. Ich freue mich drauf. Also. Tschürio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal. Tschürio, Miss Sophie. Tschürio, Miss Sophie. Ja. Tschürio. Tschürio. Schicksal. Küss Lehm. Shoals. Umm.